Wo? Die Karte sieht ja auch anders aus. What the hell? Putschinki. Du wirst ja jetzt sterben oder was? Mega. Was heißt sterben? Alles ruhig. Kein Bock auf diese Furly-Rubber-Bendings. Irgendwohin wo nicht so viele sind. Wenn ihr woanders hinspringen wollt, macht mal rein. Saki. Du mal locker. What the fuck, alter. Ich hab ja gesagt, ich bin tiltet. Do not add to the tilt. Ist ein... Ach nein, jetzt kann er unter mir sein eigener Schatten. Ha! Ähm. Ja, ne? Ben hat Angst vor seinem eigenen Schatten. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man den so mal zieht. Respekt, Ben. Zum Drop oder what? Da hin und dann zum Drop. Bis zur Brücke, bis zu zwe... Oder wir gehen einfach rüber und looten die drei Häuser, ja? Ja. Ich bin fürs Looting, wir haben gar nichts. Ja. Weil ja, die Schüsse sind ja immer... ...deutlich besser als vorher. Ich bin keine Schüsse. Oh, das ist einfach nur... ...atmosphäre. Ich dachte, wir wollen hier looten, die anderen Gebäude gegenüber. Du bist schneller. Wow. Ich dachte, du willst jetzt irgendwo Richtung Köln-Apropole. Ich weiß nicht, was du expected hast. Aber wenn ihr da hinwollt, können wir da hin. Ne, weil du Gegner suchst, deswegen sag ich das. Bei wenigsten kannst du dich mal kurz ducken. Nice. Sehr gut, Dankeschön. Ach, oder? Da reicht's so ein Kompond. Ich wollte wissen, ob die neue Markierung auch ein bisschen nach unten geht, wenn der hier in ihr Gesicht duckt. Und das tut's ja. Verzeih, man duckt nicht mal. Ach, jo. Weil ich ein paar Mal schon Leute angeschossen hab, weil ich dachte, die Markierung ist weiter weg, weil der Typ geduckt war. Wie ich schon mitbekommen bin. Was ein Ass, ey. Was ein schämiger Bastel. Keine Ahnung, wohin. Glauben wir aber auch keine Wischen. Witzig. Geh ich nochmal ran. Was ist denn jetzt? Hat er doch gedroppt, oder was? Ach ne, du hast ja auch einen Drop gefunden. Äh, liegt hier vorne. Vermut ich mal. Oh, lol. Das wär. Oh, das ist doch ein Drop. Ich dachte, das wär ein Auto, lol. Ja, der dürfte nicht gelootet sein. Bis jetzt liegt da nix dran. Oh, da ist ein Gilly drin, und? Was gibt's dazu? Jetzt ist er wieder stumm geworden, ey. Mit was für ein Scope? Edward. Wow, Glückwunsch. Ey, wartet auf mich. Wo läuft die überhaupt? Ich dachte, wir bleiben jetzt so in Kladel. Ja, wollte ich auch. Ich weiß nicht, wo Berlin will. Ich hab hier nur noch das Ding gelootet. Ich hab irgendwo noch ein Cheekpad. Willst du das haben? Ja, gern. Packst du hier an den Baum. Doch, wir können jetzt so ein bisschen XX Sniper Boy XXX 360 machen. Ja, und nicht mit der AK, aber wenn ein Holo läuft. Das ist letzte Nacht. Wir wollen doch nicht, dass du andere Leute verletzt. Aber ich schieß so gern dann Team-Mates übern Haufen, wenn ich kein gutes Scope hab. Wir nehmen einfach komplett die Waffen weg. Dann schlag ich euch halt K.O. Oh, das ist nicht. Dann sagt er, die Markierung war durchsichtig. Na, da oben. Ich seh ihn. Nicht oben. Ähm, da. Auf dem Kamm. Oben ist er ausgestiegen. Grad so auf dem Kamm seh ich ihn noch. Ja, ich seh ihn gar nicht mehr. Auf mich. Ja, Moment. Vor dir. Ich geh runter ins Gebäude. Alter, ich schieß neben mir in die Wand. Der Typ hat grad reingeschissen. Ich hör noch mehr Schritte bei mir. Jupp. Sag ich ja. Warte, bleib def. Der Typ ist instant gestorben. Oh lol, okay. Hat jemand noch 5-5-6er? Ja. Hab ich ja auch. Habe ich. Weil ich hab nur noch 40 Schuss für meine Minion. Ich hab hier jede Menge 5-5-6er. Muss mal vorbeikommen. Oh. Ich hab hier auch ne Sniper Rival Suppressor. Oh nice. Und ne Bullet Loops 4K liegen auch herum übrigens. Ähm, hat wir ja noch nen Scope für ne M24? Nope. Und wir müssen in den Süden. Wir sollten uns beeilen. Oh lol. Der Motorradfahrer kommt dran. Das ist ein Dacia mit Motorrad. Da kommt ein Dacia direkt hinterher. Habt ihr nen Sniper Rival Suppressor mitgenommen? Hab ich. Dann packen wir drauf. Packen drauf. Also ich hab den Fahrer gehittet mit der M24. Und auf der anderen Seite. Hier im Osten müssten noch welche sein. Müssen wir aufpassen. Okay. Ich hab gesagt, wir schwimmen hier hin. Ich würde mich noch kurz gern boosten. Wenn wir hier sprinten. Oh lol. Hier liegt die neue Waffe. Der ist im G. Egal. Wir müssen weiter. Problem ist das. Wollen wollte ich schwimmen. Okay. Da hinten. Wir müssen doch eher nach morgen. Kein lang zu gelb. Ja wir schwimmen auf die andere Seite des Fußes. Und von da aus laufen wir. Weil sonst schaffen wir es nicht. Ah. Ist ja an unserer Seite. Wo wir grad herkommen. Von Leck. Hallo. Hier oben Richtung Baum. Also auf 320 wurde noch geschossen, ne? Ich weiß. Zumindest klang es für mich so. Aber wir haben ja so wenig Deckung. Das ist so ekelhaft. Es waren zwei insgesamt hier auf unserer Seite, ne? Also von denen wir Bescheid wissen. Motorradfahrer und Dacia-Fahrer. Ja. Ben, was machst du da in den Containern? Wenn wir Deckung suchen. Scherzkeks. Ihr habt keine Deckung nach Süden. Wie wirst du das ansagen? Ich habe ja gesagt, wenn er nicht spricht. Oh, da kommt der doch runter. Er hat doch gesagt. Er steht südlich. Ich finde die Deckung hier scheiße. Und bin dann weitergelaufen. Ich finde die Deckung da scheiße. Aber das sagt doch nichts. Hinterm Hügel. Wie ist denn der Drop gefallen? Er fliegt hier vorne an dem großen Kran. 1-6 hinterm großen Kran. Hintere. Ja. Direkt hinterm großen Kran. Oh fuck, hier ist ja offen. Ich sehe den Motorradfahrer. Oder den. Das Motorrad ist ja. Oh, ich würde mich eigentlich am liebsten irgendwo hier ins Gras legen. Tja, die Endzone ist für dich gerade richtig kacke. Im 14er-Wer? 200. Auf dem Hügel glaube ich da hinten. Auf dem südlichen Rand. Ich probiere es einfach mal mit Dreistigkeit. Legst du einfach aufs Außenfeld oder was? Oder wirst du es an den Dropper an? Nö. 120. Ich habe den Dropper beim Blick. 120 schießt er auch. Er ist hier vorne im Ding. Im Gebäude irgendwo. In der Stadt. Motorradfahrer? Er war irgendwo in der Stadt. Zone kommt. Die müssen jetzt rein. Ich bin ja schon drin in der Zone. Nein, nein, die müssen jetzt rein. Lass mal. Oh Gott. Ist das das LMG? Ja, das ist das russische. Das sieht so richtig russisch an. Rotradfahrer ist an der Dings vorbeigefahren. Ich gehe ein Stück nach Süden. Oh fuck. Wollen wir ran? Woran? An den Hügel vor uns. Richtung Donner. Ja, müssen wir. Dann los. Ach man, der schöne Fahrradfahrer. Motorradfahrer ist glaube ich an den Hallen vom... Äh, südlich 100... Du bist aus mir nicht südlich. Direkt südlich. 116, 5 an den Häusern. In den Häusern. Obere Etage. Ja, das ist der Typ, mit dem ich die ganze Zeit rede. Warte, ich komme hier nicht hoch. Ich bin so hart gefickt. Jep. Aber wir sind doch hier drin. Achtung, Achtung, Achtung. Geh ich nach, geh ich nach, geh ich nach Heide. Zwischen den Krähen. Ah, ich sehe es, ja. Der hat keinen Helm. Garnade. Einen ausgenockt. Den vorderen. Einer ist rangepusht. Zu uns. Rechts. Vincent. Der kommt zu dir hoch. Ich habe gerade nur Vision. Ja, wir haben beide getötet. Hat die gerade aus dem Norden nicht noch was geschossen? Ja, auf mich. Hat jemand noch einen Booster? Ja, habe ich. Muss herkommen. Oder holt ihr den von dem Toten, der hier irgendwo rumliegt, wenn du das Risiko eingehen willst. Wo ist der Tote hier denn? Der ist weiter oben, hier auf dem Hügel, vor und südlich von uns. Hier liegt er. Der hat einen Achterscope zum Beispiel und noch Stuff. Ein Vierer oder so? Ich habe keins gesehen. Ja, hat er. Fuck! Wo sind Gegner? Sag mal an. Äh, im roten Gebäude. Auf Westen. Bleib fliegen, bleib fliegen! Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Hier, das rote Gebäude ist zweistöckig, immer mit dem grünen Dach. Problem ist, wir müssen da hin. Jep. Da ist er. Hast du ihn gesehen am Fenster? Nee, ich habe gerade nicht rüber geguckt. Welches Gebäude? Das mit dem grünen Dach, rote, zweistöckiges. Südwest. Das mit dem grünen Dach, zweistöckiges. Da sind noch drei Gegner. Äh, hinter der Mauer noch einer. Können wir irgendeinen vorher rausnehmen? Jetzt machen wir einen gleichen Posi. Mega kacke. Ich werfe den Smoke. Aber du hast noch. Du hast eins krankes. Kann mir jemand schnell Dings droppen? Was? Booster, 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 Booster. Hier! Okay. Wir müssen. Und ich. Eingesmogt. Ich pull Schüsse. Dann. Geht's auf mich? Einer instant da. Ich bin da. Hier oben bei mir wird geschossen. Im Fenster. Hab ihn getötet. So, jetzt musst du das carry'n, Ben. Das ist der letzte, Ben. Ich meine, wenn du ganz crazy bist, könntest du mich sogar noch aufheben. Das ist halt echt in der scheiß Kacke drin. Hinterm Haus. An der Mauer. Hinterm Haus. An der Mauer. Der ist ja schon draußen. Check. Check das einfach mal. An der Mauer. Rechts hinter der Mauer. Ben, du hebst mich jetzt auf. Ich hab's mich aufheben sollen. Ja, aber die Schüsse waren bei mir die ganze Zeit im Haus. Und ich hab keinen Schritt gehört. Das war immer noch der eine Dude hinter der Mauer. Ich hab jetzt grad die Leichen gesehen und hab nur. Ich hab doch gesagt, es ist nur noch einer, oder? Ja, ja, es war nur einer. Es war der Einzige. Nee, es waren noch zwei. Einer im Haus, einer hier draußen. Nein, drei. Ben, du, Vincent. Vincent war noch am Leben. War noch zwei Gegner. Vincent war noch am Leben. Es waren drei am Leben, ganz oben. Warte kurz.